Bonjour à tous, guten Morgen zusammen. Wir sind da im Sassé, in der Redenzahlung-Gruppe für unser zweites Camp. Wir kommen mit uns einen Tag unterwegs und schauen, was wir machen in einem Trainings-Tag. So, jetzt ist es 5.30 Uhr und es ist Zeit, in der Kabine zu laufen. Mal schauen, was wir oben für ein Trainings-Tag. So, jetzt bin ich heute Mohl verdient, jetzt mit der Gäste. Am Nachmittag gehen wir meistens nur bei den Serviceläuten vorbei, um das Programm für den nächsten Tag zu besprechen. Hallo zusammen, ich hoffe, der Einblick des Trainings-Tags ins S2 unserer Mannschaft hat euch gefallen. Wir wünschen euch auf diesem Weg noch eine wunderschöne Wochenende. Bleibt gesund und macht es gut. Tschau. ranker Vielen Dank.